Willkommen zu Kingstone! Hallo, wir sind Dara Appley hier gegen Deutschland. Und wir spielen als erstes gegen Flutgräntchen Destiny in der Gruppe B. Genau. Okay, als nächstes gezogen hat der Sammy die Youth Rabbids. Die kommen bitte in die Gruppe A. Gruppe A, die Youth Rabbids. Die spielen ihr erstes Spiel gegen Sammy die Glücksfee. Gegen Kingstone, auch gut, das wir haben für euch, Jungs. Youth Rabbids packt euch warm ein. Wir sind richtig fit dieses Jahr. Das wird richtig hart für die Jungs. Okay, der nächste Teilnehmer ist Culture Rock aus Düsseldorf in der Gruppe A. Und die werden ihr erstes Spiel bestreiten gegen Soundquake. Das wird ein leichtes für die Jungs aus Düsseldorf. Das weiß ich nicht. Okay, wie viel haben wir denn noch? Ebenfalls in der Gruppe A befinden sich ab jetzt die Bone Washers. Und die bestreiten ihr erstes Spiel gegen... Wer fehlt noch im Quad? Gegen die Bone Babylons. Bone Babylons, Bone Babylons. Danke Sammy, danke Tim. Das war die Auslosung für den Sound Cup 2014. Im September findet ihr statt. Den 12., 20., 22., 12. Checkt es im Internet. Die Auslosung ist jetzt fest und die Begegnungen stehen fest. Und wir freuen uns auf ein schönes Turnier und schönes Wetter. Bis dann. Und wir freuen uns auf ihr euch. Informalien knit everything. für 73. Untertitelung des ZDF, 2020